Ciao zusammen, ich bin Michel. Heute zeige ich euch auf eure Frage, wieso ein Kuchen zusammenkommt, ein Cake oder ein Muffin zusammenkommt, was man dagegen machen kann. Ist dir der Kuchen auch schon so rausgekommen und nicht aufgegangen? Dann kann ich dir sicher einen Tipp geben, wie du es anders machen kannst und darauf schauen kannst, damit er so rauskommt. In diesem Fall weg mit dem. Und grundsätzlich muss ein Kuchen gar nicht so schön aufgehen. Ein Schoggikuchen, der feucht ist, viel Anker drin hat und sogar Schoggistänge kann gar nicht so schön aufgehen. Und hier meine Tipps. Am besten Ober- und Unterhitze nehmen, nicht zu viel auf- und zu tun, genug lange backen und am Schluss noch die Nadelprobe machen, damit ja nichts bleibt zu kleben. Und dann wird das ein super Kuchen. Bin ich überzeugt. Und sowieso, ein Cake, den ihr mit Liebe macht, ist immer super. Ob er zusammenkommt oder nicht. Ciao! Wenn auch du eine Frage hast, dann kannst du gerne einfach unten schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.